Damit die Produktion gut läuft, müssen Logistikprozesse funktionieren. Die richtige Wahl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja das, was der Logistiker, die Logistikerin natürlich möchte. Prof. Dr. Michael Tenhompel leitet das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Er warnt, von der Zuverlässigkeit der Intralogistik, also den internen Logistikprozessen, hängen ganze Geschäftsbeziehungen ab. Fehlt ein Bauteil, stoppt die gesamte Produktion. Gelangt der Nachschub aber zur rechten Zeit auf den Weg, entsteht erst gar kein Problem. Bisher gab es dafür keine Lösung. Digitale Lösungen für solche Szenarien scheinen simpel, sind aber komplex in der Entwicklung und Umsetzung. Denn neben Sensorik und Vernetzung müssen auch IT-Sicherheit und Datenauswertung ineinander greifen. Kompetenzen aus vielen Disziplinen sind gefragt. Mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund hat die Deutsche Telekom das Open IoT Lab aufgebaut. Hier arbeiten Forscher an Lösungen, die Prozesse in der Fertigungsindustrie sowie in der Logistik- und Luftfahrtbranche optimieren. Fraunhofer und Deutsche Telekom haben hier gemeinsam auch den IoT-Service-Button entwickelt. Die Arbeiter in der Produktion können mit nur einem Knopfdruck neues Material bestellen, bevor ein Mangel entsteht. Eine besonders langlebige Batterie versorgt das Gerät mit Energie. Und gleichzeitig geht der Infrastruktur los ins Internet oder verbindet sich mit einer Plattform. Ein Infrastruktur los heißt, er muss also kein WLAN oder kein Bluetooth-Verbindung oder sonst etwas aufgebaut werden, sondern sie gehen ganz direkt über NeroBend IoT auf den nächsten Sendemasten und damit dann eben in das internationale Netz der Telekom. It's that co-creation atmosphere where we actually have labs with the ability to actually produce the product then and there, you know, coming out with a real asset that you can touch and feel and play with and integrate and try and that is going to create tremendous value for customers. Fraunhofer bringt sein umfassendes Know-how zu Hardware und Anwendungen im IoT-Umfeld ein, die Deutsche Telekom ihre Netzkompetenz sowie ihre IoT- und Cloud-Lösungen ohne die Digitalisierung nicht möglich ist. Our job is not only to foster those type of relations, but also to take those and extend them to our customers. Es gibt kein zweites Logistikinstitut auf der Welt, was in der Lage ist, solche Systeme auch wirklich zu bauen, auch zu produzieren. Und das mit Erfolg. Der IoT-Service-Button ist nun im Einsatz, startet Abhol-, Wartungs- und Lieferprozesse und stabilisiert Lieferketten. Die enge Kooperation zwischen Deutscher Telekom und Fraunhofer schafft Innovationen und macht moderne Logistik noch smarter.